hallo und herzlich willkommen hier bei LP mit Phony natürlich ist auch wieder Nathalie dabei wir leveln uns jetzt natürlich wieder hoch wie in der letzten folge aber das areal hat nicht so viel xp abgeworfen darum haben wir gesagt komm nehmen wir ein graufels wieder mal und hallöschen Nathalie hallo so jetzt geht es schon wieder los so jetzt kommt wieder der dicke gleich kommt wieder der dicke und wieder sind wir alle auch bei mir normalerweise müssen wir jetzt das level up eigentlich erreichen ja du aber ich noch nicht ich hab noch egal ich hab vier mal die 6 66,66 prozent so und ab geht die party, der dicke ist auch schon wieder am start und den hat dieses mal die Nathalie so hier würde ich entwicklen wieder der dicke ist weg für den dicken haben wir noch keinen armen wer das ist ach komm ich hab das Inventar voll oder was ja klar das Inventar ist voll läuft Fabi läuft so einfach zu viel scheiße hier drin im Inventar läuft von mir so einfach mal dieses wie die kids daher und dieses scheiß sensei ja sensei weg ach jetzt kommt da einmal einer zu mir hallo was denn hier brauchst du dezent hilfe ich warte bis du wieder da bist ich glaube ich glaube ich lege mich nicht mit denen an ne mit beiden lege ich mich nicht an ja ganz harmlos für dich aber nicht vor mich oh scheiße ich muss die Kamera hoch oh Kamera Mami aber oh der hat mich aber die haben mich ein Kasteln jetzt steht es so fast 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 jetzt bin ich ich bin weg aber ich habe mich gerade noch gehielt ne f*** dich nein den respawner nehme ich jetzt nicht her ich bin gleich drin jetzt bin ich schon weg jetzt kriegst du alles ab ja ich bin weg dann gehen wir halt nochmal raus und nochmal neu rein oder wird es halt eine kleine längere folge dass wir halt rein und wieder raus gehen so 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 ich ja heute gute laune Cristina kommst du wieder rein ja ja ich lijd laden ladebildm ladebildm bitteschön in die mitte von dem dicken gespo Oder auch nicht, weil du ja schon rausgegangen bist. Nee, ich bin drin. Bist drin. Und tot. Das ewige hin und her rennen, das lieb. So. Komm, putt, 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 hallo, ich bin da. Wo ist der Dicke? Ach, hast du ihn schon erledigt. Du glaubst, dass ich sterbe, oder was? Ich hab' alles gesagt. So. Spiel. Tod und verderben über euch. Tod und verderben. Oh, toll. Äh, nein, ich kriege den Job. Du bist tot. Gut. So, von mir aus kannst du wieder reinkommen. Kannst du ja denken, worum ich hab sie alle platt gemacht. Alle. Alles. Hallo. 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 Alles. alles ist blatt so ich warte mal auf der kommt noch nicht da kommt doch noch was davor doch 1 kommt noch davor ich kenne das areal zu gut wo bist du ich hatte auf einmal jetzt weniger jetzt auf einmal irgendwas abgezogen von meine hp obwohl ich nichts gemacht habe ich bin nur rumgestanden und jetzt seht ihr auch instagram mal kurz wie wir auch also ich auf instagram heißt und damit natürlich ihr bild verdeckt das blende ich euch mal kurz ein so habt ihr es kurz gesehen weil jetzt wo dann der umzug ist weil die familie von die ihr habt es gesehen dass wir erst unsere wohnung gestrichen haben aber jetzt ziehen wir schon wiederum findet den fehler wir machen unsere wohnung schön und dann ziehen wir wiederum ich sag nur hashtag scheiß vermieter mehr brauche ich nicht sagen oder leute weil natalie kennt das problem auch oder hashtag assi vermieter also wir hatten wirklich voll idioten als vermieter sorry aber ganz ehrlich erziehen wir lieber um suchen wir haben uns eine geile wohnung gesucht und zwar klein aber fein aber jetzt kommt doch ja mein freund mein bester freund so ich brauche mein top-g-energy mein heilungs-energy weg 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 die ich bin weg Respawn! Das ist ja was er jetzt Respawn Eigentlich haben wir gesagt gehabt wir nehmen keine Respawn Dinger her Aber Ja hab ich auch grad gehabt Wow wieder 5000 Damage Ich flitze hier rum Können wir nicht leben Doch hoch oder wieder los Ja man, du hast einen super special Boss So Wir haben dann schon nochmal 2 Jetzt ist er weg Ich würde dann auch ein festes Teammitglied haben am liebsten Ah der würde Damage machen Ich kann schon wieder scheiße Inventar voll Der scheiß Inventar Wegwerf Nö Die Bank ist voll Ja man Ja man Ja man Ja man Du hast gesagt du willst die neue Karte Ich hab ihn Ernsthaft 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 Hast du einen Splitter von dir gekriegt oder was Ja hab ich Ich hab einen Splitter von unserem Golem Muss ich gleich mal gucken bei mir Also Leute wir transformieren uns jetzt diesen scheiß Golem Ich hol den zu uns ins Team und dann ist Wetten dann ist es ein Passiv Skill Ich hab den Splitter nicht Ich raste dann aus Ihr seht es in der nächsten Folge Bis dann und Ciao 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 Ciao